Ich kann ein russisches Geburtstagslied singen. Soll ich das singen? Okay. Liebes Medienbauer, zehn Jahre. Das ist ja eigentlich nicht viel, aber in unserer Filmbranche kann das ganz viel und lange sein. Ich wünsche dir weiterhin so viel Kreativität, so viel Input, so viel Leidenschaft, uns bei unseren Filmen zu unterstützen und Kraft für die nächsten, nein, für die nächsten 120 Jahre. Alles Gute. Herzlichen Glückwunsch, liebes Medienbauer, zehn Jahre. Halleluja, ding dong. Das hast du schön gemacht. Liebes Medienbauer, ich danke dir fürs Möglichmachen. Ich küsse dich. Willkommen in Berlin. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. We love Berlin. Und ich bin stolz, dass ich hier zurückgekommen bin. Ich war hier vier Monate. Wir haben hier vier Filme gemacht. Ich habe hier ein paar Filme gemacht und ich freue mich wirklich, dass ich immer wieder zurückgekommen bin. Es macht Spaß und ich bin richtig glücklich, dass ich in Deutschland drehen kann. Dass wir hier in Babelsberg vorbereiten können, dass wir hier ein sehr, sehr großes Set bauen konnten, dass wir von hier aus optimal operieren können und dass ich trotzdem abends nach Hause fahren kann. Das ist eine gute Kombination. Ich bin ja auch Gastgeber hier für all die Leute und ich möchte, dass die von Berlin einen super Eindruck haben. Ich liebe Berlin und ich liebe Deutschland. Es ist wirklich, wirklich schön, dass ich hier immer wieder zurückgekommen bin. Ich kann nicht vorstellen, dass ich diesen Film nicht in Berlin machen kann. Ich liebe die Stadt und es fühlt sich immer wieder zurückgekommen. Wir haben keine Hasen geschrieben, das haben wir von Anfang an auf Berlin geschrieben, weil ich endlich mal einen Film in Berlin produzieren wollte. Erstens bin ich sehr froh, dass ich zurück in Berlin wieder zurückgekommen bin. Es ist eine wirklich coolere Weile hier. Es ist eine Stadt, die sich in ein paar Weise wiederfindet. Ich denke, jetzt bin ich wirklich der Film Center für all Europa. Ich sehe nichts, aber die familiaren Plätze, die wir immer wiederholten. Ich möchte zurückkommen. Ich will mich zurück. Ich liebe mich zurück. Ich liebe die Stadt. Stop! 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 Ich drehe sehr gerne hier. Ich bin froh, dass es Medienbord gibt. Medienbord ist eben essentiell wichtig. Wenn es das Medienbord nicht gäbe, dann müsste es erfunden werden. Medienbord ist ebenso. Medienbord hat mich auf. Medienbord hat mich auf. Medienbord hat mich. Medienbord hat mich. Herzliche Gratulation zu zehn Jahren Geburtstag. Zehn Jahre heißt, ihr könnt lesen, ihr könnt rechnen, ihr könnt auch schon laufen, aber ihr habt noch keine Ahnung vom richtigen Leben. Aber jetzt geht es los von zehn bis 20 und dann wird es richtig geil von 20 bis 30. Und die beste Phase kommt von 30 bis 40. Da kann man schon Richtung Pension gehen und dann ist es dann Medienbord Deutschland oder Europa und das weiß man alles nicht. Aber erst mal herzliche Gratulation zu zehn Jahren Medienbrett. Happy Birthday, Medienbord Berlin-Brandenburg. Alles Gute und ein langes Leben für uns alle.